Hallo und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombies Teil 2. Ähm, wir haben Level 1, 18 vor uns und ich bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Das wird das erste, letzte Gefecht. Danach kommen noch weitere letzte Gefechte. Plane deine Verteidigung und besiege die Zombies. Was heißt da, ich soll planen? Hä? Oh! Ähm. Ja. Kamel Flasch sind 1000 weg. Mischt. Aber wir brauchen den schon. Nehmen wir ihn noch rein oder soll ich sagen das hier? Und wenn es uns noch reicht, nehmen wir noch die hier mit rein. Ja, ich nehme meine Standard-Verteidigung, oder? Also nix kurzfristige, sondern alles auf langfristig ausgelegt. Und alles auf wide range, oder? Wäre so mein Gefühl jetzt, dass wir so planen. Also Drache ist okay, Mais ist zum Stoppen gut. Ähm, ja. Schauen wir mal. Ach, wir müssen noch einen rein nehmen. Okay, dann schauen wir mal. Oh, was für ein gemeines Level. Oh, was für ein gemeines Level. Aber wir haben zweimal Dünger, den wir nicht einsetzen dürfen. Richtig. Ach, ich muss noch weiter vorarbeiten. Ich darf gar nicht im Level. Okay, dann nehmen wir hier drei Drachenpflanzen rein. Die schützen wir noch. Ich habe noch 450. Hm. Ich sollte sie eigentlich unten fast reinsetzen. Aber so viel Kohle habe ich eh nicht mehr. Okay, probieren wir es mal so. Okay. Daumen drücken. So, Jungs. Jetzt macht ordentlich was. Ich hoffe ja immer, dass Maisy oben irgendwie was dagegen. Ja, damit können wir alle halt eben noch ein bisschen stoppen. Aber schauen wir mal, wie es jetzt klappt. Okay. Ich habe ja echt Angst, wenn gleich die riesige Welle kommt. Okay, aber die Laserjoes machen bisher eine recht gute Arbeit. Ah, ich darf trotzdem noch hinsetzen. Oh, mit meinen Drachen bin ich bisher eigentlich nicht so unzufrieden. Den hier hätte ich dann vielleicht direkt vor... Okay. Neuer Sandsturm. Wie es denen halt die Köpfe absäbelt. Okay, alle sind so weit weg. Okay. Dann gibt es wieder eine extra Menze. Komm. Komm. Okay. Der mit dem Eimer macht mal wieder Ärger Okay, jetzt haben wir ihn Arm weg, Kopf weg, ganz weg Aber wieso kommt jetzt da unten noch ein Eimer Joe? Ich hoffe nicht, dass der jetzt als einziger irgendwie Ärger macht Na gut, aber wir haben ja noch Wir können noch zweimal wegblinzeln Und der kommt halt wunderbar durch unten, Eimer Joe Ja, den müssen wir wegmachen So, einmal weg Jetzt hier oben nochmal So, also so klappt Level 1, 18 So, wir haben es geschafft Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde Hier bei Plants vs. Zombies Teil 2 Ja Ich bin gespannt Sie haben sich wirklich Mühe gegeben bei den Leveln Und vielleicht kriegen wir ja morgen die Erbsenkanone Hier die besondere Aber ich will eigentlich mehr den hier hinten So, also das war die Runde Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde Bis dann, ciao, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao Bis dann, ciao